Willkommen meine Damen und Herren auf der neuen Map Anubis. Eine der beiden neuen Maps, die will ich euch mal direkt zeigen. Wir sind hier frisch am Cityspawn und laufen jetzt einfach über rechts, also hier oben lang Richtung B. Da gibt es ja einmal einen geteilten Weg, der aber aufs gleiche rausführt. Man kommt halt ansonsten nur von hier oben und ist auch schon direkt auf B. Der Spot an sich ist verwinkelt. Von hier werden die Tees dann höchstwahrscheinlich reinkommen oder von da unten. Man kann sich hier an vielen Ecken und Kanten verstecken und abämen. Da muss man natürlich erstmal reinfinden. Bevor wir aber weiter zu den Tees gehen, gehen wir hier einfach direkt wieder zurück. Und ich zeige euch geschwind den zweiten Weg, den man hätte auf B nehmen können vom Cityspawn aus. Und zwar den mittleren Weg oder den Weg Richtung Mitte. Hier ist wieder der Cityspawn. Wenn man hier links lang läuft, gerade außen an rechts, ist man auf B. Wenn man sich hier nach links abwendet, ist man auf der Mitte bzw. läuft auf die Mitte zu. Da gehen wir noch nicht hin, sondern gehen ganz kurz auf A. A kann man hier über die Mitte von City aus erreichen. Hat auch einige Stellen, hinter denen man sich verstecken kann. Und dann einige Ecken, die abgeaimt werden müssen. Hier ist übrigens direkt der Cityspawner. Also hier unten. Von da kommt man von City. Wenn man direkt über links auf A geht. Und ist somit schon auf dem A-Sport drauf. Hier kann geplantet werden. Man kann sich hier auch wieder an diversen Ecken verstecken, wie eben schon erwähnt. Die T's kommen wahrscheinlich von da vorne. Wir gehen zurück auf die Mitte und ich zeige euch geschwind die Mitte Mitte. Die richtige Mitte. Hier gibt es noch keine richtigen Bezeichnungen. Beziehungsweise hier steht doch schon Mitte dabei. Wobei ich, übrigens auch wieder hier so eine blöde im Kreisgesache, wie bei Richtung B. Wobei ich das hier eher Mitte nennen würde. Dieses Konstrukt hier unten. Ich denke, hier wird sich auch die Meister-Action abspielen. Denn wenn man als City von A aus nicht da lang läuft, wo ich eben lang gelaufen bin, zur Mitte, sondern über links weiter läuft. Als City ist man hier natürlich noch höchstwahrscheinlich schneller als die T's. Dann trifft man eben schon auf diesen kleinen Vorplatz, der in die Mitte hinein mündet. Hier, gut, hier steht jetzt Cannons. Ich würde hier zur Mitte sagen, die T's können von hier oben links kommen. Hier. Deswegen natürlich direkt aufpassen, wenn man als City einfach durchrennt. Und diese Mitte, oder wie nennt sich das hier halt eben, Canal. Dieser Kanal ist halt offen von diversen Seiten und Stellen, wie hier zum Beispiel. Dann natürlich von hier oben. Und wenn man hier unten durchläuft, muss man auch hier aufpassen. Da sind dann eher die T's zuerst. Dass sie da einen nicht abknallen. Und dann kommt man von hier unten wiederum auf B. Das war dieser untere Eingang, den ich euch vorhin gezeigt habe, der eben auch zu B führt. Hier ist wieder B. Hier geht es Richtung T. Ihr seht die Karte da oben ja auch die ganze Zeit. Und dieser Eingang hier unten ist eben der Mitte-Eingang. Oder eben Kanaleingang. Komm, um es direkt richtig zu benennen, sollte man hier wahrscheinlich doch eher Kanal sagen. Und die Mitte ist halt dann das, was man erreicht, wenn man hier oben wiederum läuft. Hier kommt man von T. Läuft hier lang. Ballert hier vielleicht ein paar freche Cities ab, die vorgestürmt sind. Und schon ist man wieder auf dieser lustigen, sich drehenden Mitte. Auf der es bestimmt auch solche kleinen Jagdspiele geben wird. Ja, ich zeige euch noch geschwind die ganze Seite von T aus, wobei ich da nicht mehr ganz durchlaufen werde. Also der T-Spawn ist hier hinten. Sieht schick aus. Ist übrigens tatsächlich, also einige haben ja schon gesagt, dass, also wenn mal eine neue Dust 2 oder Dust 3 Map, dann das hier. Dann wäre das hier wohl das, was am nächsten an Dust 3 rankommen würde. Das ist der T-Spawn. Sehr gräumig, sehr groß. Und auch richtig abgeschottet irgendwie von dem gesamten Rest. Also man muss erst diesen kleinen Weg entlang gehen, beziehungsweise diesen Parallelweg, um überhaupt erst richtig an die Action ranzukommen. Denn ich würde sagen, ab hier findet diese erst statt. Hier kann man über links Richtung B gehen. Auch nochmal hier eine Vertikale mit drin. So wie auf, äh, auf Kennels, äh, auch. Nicht auf der Map-Kennels, sondern, ne, ihr wisst schon, bei dieser zweiten Mitte, die Kennels nennt, äh, sich nennt. Ähm, das ist natürlich immer so ein bisschen critical, wenn man von oben nach unten, von unten nach oben aimen muss. Das hat man ja dann doch nicht überall oder nicht so oft. Ähm, ja, hier geht's dann direkt Richtung Mitte, die ich euch eben gezeigt hab. Und über rechts, hier, kommt man, kommt man auf, äh, auf A. Also einmal entweder hier links, na, zack, da Richtung A. Oder hier rechts lang. Dann schaut man wiederum von dieser etwas erhöhten Position auf Kennels runter. Natürlich gibt's sehr oft irgendwelche Vertikalen auf den Maps, klar, ich will damit nur viel mehr sagen, dass man so als Spieler, finde ich, am besten links, rechts und sowas up-aimt, aber oben und unten ist immer so ein bisschen kritisch. Also das sind dann eklige Ecken, an denen es dann auch zu ekligen, ähm, Gefechten kommen wird. Ja, die Map von oben hier nochmal betrachtet. Ich hoffe, ich kann hier, ja, ich kann sie ganz reinkriegen, so. Bumm. Schickes Teil, Cityspawn, B, A, die Mitte, T-Spawn. Ja, es gibt, gibt da nicht allzu viel, äh, zu entdecken. Deswegen so viel zur Map. Ich denke, die Tage werden wir dann einfach im Livestreamer selbst ein bisschen reindümpeln zusammen und uns die Map mal in einem Community-Game anschauen auf unserem Server und ein bisschen Spaß haben. Ich wünsche euch natürlich beim eigenen Erkunden der Map viel Spaß. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Reinschauen, vielen Dank für die Likes, vielen Dank für die Kommentare. Wir sehen uns dann gleich im nächsten Video. Ich hassel noch direkt die zweite Map raus und dann gehe ich aber ins Bett. Bis gleich. 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 Bis zum nächsten Mal.